Queen Elizabeth II. hat am 23. Mai bei der Chelsea Flower Show in London einen beeindruckenden Auftritt hingelegt. Allerdings besuchte die Queen den Garten nicht zu Fuß, sie ließ sich in einem Golfbar geschaufieren. Auf ihrer Fahrt durch zehn Gärten strahlte die Monarchin über das ganze Gesicht. Laut der Daily Mail gilt der Viersitzer als der Rolls Royce der Premium Golf Cards. Er koste rund 62.000 Pfund und könnte mit nur einer Akkulaufzeit 50 Meilen erreichen. Wie eine Sprecherin des Buckingham Palace bestätigt hat, seien aber auch noch Anpassungen für den Komfort der Queen vorgenommen worden. Unter anderem besitzt der Buggy einen kleinen Kühlschrank und Türen, um die Queen vor Regen und Wind zu schützen. Für ihren Auftritt hatte sich die 96-Jährige für ein farbenfrohes Outfit entschieden. Queen Elizabeth II. trug einen pinken Mantel, ein weißes Kleid mit Blumenmuster und dazu passende weiße Handschuhe.